Ab zu meinem Setup links. Ab zu meinem Setup. Shotgun. Ich blase besser. Was? Weiß ich nicht. Ist irgendwas bei Zoo, Fire Department oder Cruise Terminal? Oh, aber relativ zentral. Zwischen Fire Department und Zoo ist was. Hier. Stadium oder Floating District? Ich lege gerade. Ich glaube District. Ich habe das Gefühl, dass Stadium übelst der Clusterfuck wird. Wir haben einen Ballon und einen LTV. Lass doch den Dach links sein, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin viel zu früh rausgesprungen. Wow. Obwohl es auch geht. Ich bin perfekt rausgesprungen. Komplett perfekt. Es geht nicht besser. Manu ist immer erster, man. Du bist so ein Scheißstreber. Wahnsinn. Komm, wir gehen rein. Ich glaube sonst. Ich habe eine Lollartkiste. Ich höre hier nix. Ich höre hier nix. Ja, schon einfach alleine. Hörst du das? Was? Was? Weil ich gesagt habe, ich höre nix, als ob ich drauf wäre. Phil, Phil, Phil. Ja. Ne, kriegt er nicht. Ist das geisteskrank. Die wurde so aufgesaugt. Ein Gegner auf der Map aber schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die machen wir direkt jetzt, ne? Lass mal wieder falsch rumlaufen. Wo ist denn hier der Eingang eigentlich jetzt hier? Direkt vorne, direkt vorne. Und der Bastard ist oben. Wahnsinn. Links ist direkt die weiße Kiste bei euch. Ja, ich mache sie gerade auf. Okay, geil, der ist ganz oben. Komm, Treppenhaus. Ganz oben. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich bin... Du bist richtig heißer, gut. Wer ist bei mir? Jetzt habe ich ein Problem. Der will mich komplett bumsen. Oh Mann. Boah, hat der einen Wumms, ne? An diesem Automaten. Er hätte so Rekord gebrochen. Hier ist ein Verbesserte. Das ist ein verblutetes Self-A-Life. Wir sind richtig viele Leute. Äh, warte, ich job euch mal ne Drohne. Wir müssen, ey, Fokus, wir müssen den Nuke-Auf-Trag annehmen. Ja, wir haben zwei Minuten. Äh, Muni-Box hier. Und los, und los, und los, und los, und los. Äh, Heli oder was? Dann können wir hier nach oben gehen. Äh... Dann können wir hier raus, links. Aber wo ist denn der Jeep hier? Der ist auf dem Dach, der ist um. Der ist um. Der ist um. Ich würde den LTV nehmen jetzt. Ja? Für den Auftrag auch? Ja, die Heli zu landen ist ein bisschen risky. Wir wollen einfach rausspringen, oder? Wir wollen den Auftrag annehmen. Den Auftrag könnt ihr so annehmen. Den Auftrag könnt ihr so annehmen. Ich kann mit dem LTV. Wir müssen ummarkieren, wohin ich muss. Ähm, hier. Ich schmeiße in die Heli jetzt, ne? Wenn wir hier oben über dem Dach sind. Ja, ja, ja. Achtung, Achtung, jetzt. Oh mein Gott, der war für zu sweaty. Wahnsinn. Äh, sieh, sieh. Okay. Holen wir direkt erstes Element dann auch gleich? Ja, ne? Ja. Wir können hier jetzt kurz chillen, warten bis die, bis die kommt. Bis wir das angezeigt kriegen. Mhm. Ich hab ein Auto hier schon mal. Ja. Schön geparkt. Wirklich sehr schön geparkt, Manu. Danke dir. Ich hab noch einen Cluster zum abgeben, wenn jemand will. Ich hab Prezio und eine Drohne, also ich brauch nichts. Ähm. Droh mal ein bisschen Money, dann hol ich auch noch eine Drohne. Hier am Shop. Der wurde gekauft, glaub ich. Geh, Asta. Go. Ja, ja. Kommt ihr noch zum Shop, Kotz? Oder nicht? Dann komm ich zu euch. Ja, ja, ich komm hier in der Mitte durch. Ja. Er ist hier vorne. T-Break. Scheiß drauf. Ja, 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 ja. Droh noch Money. Go, 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 go. Scheiß auf Money. Scheiß auf Drohne. Scheiß auf Drohne. Wir sind gerade im Nuke-Try, aber ich küsse dein Herz. Vielen Dank für den Reserv. Ich bin das Liebe da. Ganz die Liebe. Dankeschön. Ich würde sagen noch nicht. Oh, hier steht eine. Sicher, weil hier ist halt auch eine Dinge. Bist du hier los, Alter? Hier ist ja komplett voll aus. Ja, kannst du mal eine anmachen. Ich mach an. Und Drohne auch. Okay, es müsste aber gut sein. Bleiben wir erstmal dann hier im Gebäudekonstrukt, ja oder? Äh, ja, 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 ja. Ich komm hier gar nicht rein. Hier geht's rein. Wo ist denn dieser Bums? Hier oben, glaub ich. Ja, die legen immer aufm Dach. Also eben lagen die immer aufm Dach. Ich hör's, ich hör's, das ist irgendwie hinter mir. Ja, ich hab's. Ach Bro. Soll ich direkt annehmen, ja oder? Ja, ja. Ich bleib kurz auf der anderen Seite, okay? Mhm. Ach Digga, dieses dumme System. So, ich bin da. Du hast jetzt ne riesige Krone auf dir drauf. Das meine ich nämlich. Also dann doch, dann doch. Ja, dann beides nämlich. Das ist halt dumm. Komm Felten. Ja, ja, ich bin unterwegs. Oh no. Oh no. Bin da, bin da. Full Team, direkt bei uns. Oh mein Gott, ich bin so... So, ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Yep. Wohin? Erstmal gerade raus. Immer von den Gegnern weg sozusagen. Okay, okay. Können wir wieder wechseln? Ja. Einfach rechts, einfach rechts und geradeaus durch. Ich hab... Hey, hey, ich wollte Sitzplatz wechseln, Sitzplatz. Lass mich... Ach so, wechseln. Ja, das meinte ich. Genau, genau, genau. Ich bin hier Beifahrer. Ich mach gar nichts. Okay, dann jetzt zum nächsten Element, Woll. Irgendwie rein. Ja. Ich hab' markieren. Also ihr seht's ja auch, ne? Aber ja. Ich hab' markieren. Unser Black Sides sind by the way Gegner. Ja. Unser LTV ist nur noch... Haben wir noch eine Drohne? Ne, ne? Äh, du hast noch einen, oder? Hier raus, hier raus. Hier ist ein Team irgendwie gerade eben gewesen. Ja. Okay, hier rum aufs Dach. Kommt ihr mit? So, wir sind gut. Nehmt an. Ja, ja, wir gehen aufs Dach. Wir gehen übers Dach rein. Ja. Hier müssen wir erstmal, glaub ich, kurz chillen. Weil jetzt werden die alle kommen. Ihr seht ja, wo die sind. Die kommen jetzt schon von unten. Das Element ist... Hab ich hier drin. Äh, ja, ich hab' das Element. Habe ich noch? Ja, warte. Ja, warte. 2 Element. Ja, ja. Ich werd' hier am Shop, am Shop, am Shop. Werd' ich anvisiert auch. Ich kann es, ich kann es, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Ich kann es nicht reviven. Ich kann nicht reviven. Was denn? Was denn? Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir werden wieder gefraudert. Wahnsinn. Obendrauf, obendrauf. Oney, oney, oney. Über euch. Ist knock. Nicht knock, nicht knock. Ich schluss halt die ganze Ränder, ne? Das ist wirklich schlimm. Ich hab' einen knock von denen. Boah, ist das schrecklich. Soll ich uns preziehen? Mach, oder? Äh, ja. Aber pass auf, dass wir jetzt nicht sterben. Wir müssen wieder versuchen gleich zum LTV, okay? Boah, ist das Geisteskrank mit dem Wüsten. Der LTV ist kaputt jetzt durch den Prezi, glaub ich. Nee, 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 nee. Der ist weit weg. Wo gehen wir, warst der Plan nach oben eher? Nee, nach unten, unten lang einfach. Du bist einfach nur am Husten die ganze Zeit? Ja, ja. Also wirklich, ich kann gar nichts machen. Ich kann doch nur aus der Hüfte schießen. Hey, 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 hier ist einer mit Geist drin. Ich bin tot. Nein, der hatte keinen Geist. Ich bin auch tot. Ich hab aber respawn direkt. Bro, das ist ja geisteskrank. Du musst, da musst du ja die komplette, die komplette Lobby muss eine absolute Botlobby sein. Nein, nein, nein. Wir hätten da grad einfach nur weggekommen, wenn die alle fighten. Vier Nuke-Skins haben uns gepusht. Aber der hatte keinen Geist, der wurde mir angezeigt. Und ich hab' keinen draufsicht. Ich hab' ihn nicht gesehen. Er hat angenommen, er kommt nach oben. Mözer, hör auf mich. Okay. Die werden halt jetzt auch alle angezeigt, ne? Ja, ja. Wer ist das noch? Wer ist eine AFK? Das ist sehr korrekt. Hast ihn geholt? Na, mach einer. Komm mit der Geek auf. Ja, bin da. Gulag. Das ist krass. Du darfst nicht sprinten? Ah ja, gut schon. Okay, ich muss das Autosprint dann ausmachen. Rear Sergeant. Ich geh' jetzt aufs Dach, wir müssen hier weg. Ja, ich komme mit. Bin unterwegs. Nein, Digga. Das ist ja geistig krank, was hier gerade passiert ist. Ist noch da, alles gut? Ja, du musst dich beeilen, ne? Ich muss jetzt hier wegfahren. Jojo. Du musst das normale Auto nehmen. Ich bin da. Nimm das normale Auto, okay? Ja. Ich muss hier wirklich durchziehen. Stark, Mann. Stark, stark, stark. Hast du beide Elemente? Ja. Ja. Ich bin da. Alter, was war da gerade los unten? Okay, und wir treffen uns beim neuen Element, ja? Richtig. Okay. Shit. Meinte ich... Oh ne, mein Loader ist so weit weg, ne? Ich wäre zu krass gehandelt, ich konnte das Auto nicht nehmen. Hier chillt auch direkt einer. Wissen kleinen Umweg nehmen. Die landen auch da. Die landen ziemlich genau beim Dingens. Mein Auto ist am Arsch. Bist du bei... Bist du bei ihm? Ja, ja. Ich muss den Kill machen hier. Mein Game ist geglitcht. Glaub ich. Bin wieder gut. Die sind hier komplett am sweaten über mir. Oh mein Gott. Ich brauche noch voll lange, bis ich bei euch da bin. Oh Chris, die sind da oben. Nein, die sind überall. Die sind überall, Manu. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die da oben sind, Bro. Komm, hol dir Gulag. Ich kann da eigentlich leben. Nice. Die Elemente sind noch da, komm. Da war keine Plates, Bro. Ich hab, ich hab, wenn du runterkommst. Unter mir Steps auch, glaube ich. Also, wir sind auf jeden Fall noch Leute, ne? Das ist nicht das einzige Team gewesen. Du hast die Drohnen auf. Du hast das ganze Geld. Wir brauchen deine Drohnen jetzt. Ja, ja, ich hab halt keine Smoke für den Shop. Ich mach an, ich mach an. Dann. Genau, hab ich gefinished. Ich mach verbesserte. Doch nicht. Hab ich genug Geld. Hinter mir ist einer, glaube ich. Er will mich nur naiden. Hatte du einfach unten kaufen? Ja, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Ich hab auch. Und go. Jo, hab. wieder rein wir werden vom stadium auch angeschossen wir müssten die beiden töten die oben sind oder warum da gesprungen ja genau ich sehe nicht den einen habe ich der andere ist auf dem roten dach ich habe nicht genug christus kaufen ganz oben auf dem dach hat vorher schon kann ja vor mir die hand mich als irgendwo ich sehe es hier ist noch einer im head mit ich brauche kannst du irgendwie nach oben chris nein ich bin der beste das ist jetzt wichtig muss ich landen ja habe ich habe ich habe ich auf den gehen wir drauf da auf den rechts und hier rechts und ich habe den hinter mir vollstockern hinter mir der type der vollstockern er hängt nur in der ecke die hängen die spiel schild von einem anderen absolut ich hab's ich hab's wir brauchen wir brauchen np ja wo liegt das rechts ich muss jetzt auto sprint ausmachen oder was ja ich hab's ja mein gott das ist ja das ist so geistesgang wo ist denn np habe ich das genommen das ist und das ein robot hat die den fact schon obwohl es nicht hat haben wir alle elemente ja 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 haben wir haben wir hier drin bei mir drin bei mir unten drin ja es ist ein fullteam ist ein fullteam keine chance alles gut was machst du denn ich werde von links angeschossen von links irgendwie hier oben noch oder so noch einer über mir noch einer über mir ja 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 oben oben er findest du bist du kannst doch auch du musst weisen du musst du geh zurück geh zurück geh zurück chris du bist einfach da die sofort an shop rest zweimal war doch angeschossen ja einfach direkt zum shop einfach dreck lassen ich glaube das element ist weg ich geh für das ich geh für das ich geh für das machst du das also ich sag's dir was ist was ich da gerade getrieben haben wir hätten es wirklich verdient oh mein gott ihr hättet wirklich sehen müssen was ich da gerade gemacht habe ja ich hab's gerade aus meiner perspektive gesehen ich bin 20 mal um das haus gelaufen hab 20 mal rebyte hab so viele kills gemacht das ist wirklich unverdient dass wir es jetzt nicht bekommen haben äh das war my bad ey 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 ich hätte viel früher hilfe gebraucht bei diesen typen die oben waren ja ja bro ich konnte es halt auch nicht pushen da waren so viele lass uns die runde mal gewinnen ich bin schon raus für den flex für den upload oh diga na gut chat das war so eine gute performance eigentlich gerade hier ist der bomb ja all good Phil war ja auch tot am ende also es war sowieso es war generell übertrieben lucky da ich ja auch so lange überlebt habe das problem ist ich dachte du musst du überlebst wenn wir einfach wenn Phil und nicht beide bei dir geblieben haben wir das 100% aber wir sind beide weg ich bin nachdem immer zwischen den teams an den shop gekommen äh 2v3 sind die bei dir? ne 2 ja ja hier ist einer noch der Dach über dir? hast du den? ne 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 snog andere bei dir rechts also links noch an dir ausgesehen sorry er ist hier hinter glaube ich ne ich glaube er ist hier in die Richtung gelaufen oder? ah ja er ist hier so da war unten einfach ein team noch unter uns die haben beide Schild gespielt und haben da einfach nur gewartet das ist auch richtig dreckig wir haben komplett gechockt ich glaube das waren die sogar die ich da am Ende noch geholt habe 1v2 wo ist denn der letzte Gegner? ah der landet gerade erst ich kann die ganze Zeit nicht das hätten wir wirklich verdient ohne Scheiß das hätten wir wirklich so verdient shit ich glaube ich habe noch nie so viele Runden um ein Haus gedreht ich bin wirklich die ganze Zeit da unten lang gelaufen und so viele oh mein Gott Moment was habe ich da überlebt chat nein das ist so so kack vor allem er hat das sogar das Element der Bastard hat das sogar ins Gas gezogen wir haben es doch noch so zu kommen wirklich also Bastard der eine ne ja und Oma an einer Feuerschaft gefehlt die sind eh schon tot und die haben sich da reingesetzt mit Feuerschaft gern das Element beschützen wollten das Out of Zone schmuggeln ich hoffe die Konsole brennt ab ehrlich mein Gott äh GG's in einem Loch könnte ich alles verlieren deshalb bleib ich bei dir Untertitelung des ZDF für funk, 2017